Hallo zusammen, mich hier ist wieder euch Jelal und schon wieder für euren Battleface-Rotten-Wix und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video ich bin nämlich mal wieder auf der Windy-Counter-Wix und wir wollen wieder ein bisschen gambeln 10 Schuhe möchten wir gambeln und ich hoffe ich kriege diesmal endlich die richtigen raus ihr wisst ja, ich bin hier am versuchen alles Transmog zu bekommen und da gibt es ein paar Stiefel, dass es nur dort zu gambeln gibt und ja, wir waren wieder fleißig, haben einiges an Argonit gefarmt ich würde sagen, wir steigen mal ein hier bei dem ersten Char kann ich schon mal einen Schuh umwandeln und ich hoffe, dass vielleicht mal der richtige drin ist na komm, no, der falsche wir können auch mal hier den Sound anmachen, fällt mir gerade auf ich glaube, ich habe nur beim zweiten WoW den Sound an okay, erster Versuch ist fehlgeschlagen, nicht so schlimm wir haben noch ein paar, ne, neun weitere hier habe ich nämlich gleich drei Paar Schuhe mir gegambelt da habe ich übrigens auch overgecapped versehentlich mh, das war nix also ich habe, äh, du kannst nämlich nur 2000 von den Argonit dir holen ein paar Schulkosten, 200, äh, 650, so rum und da habe ich eben die Quests abgegeben und habe dann erst gemerkt, äh, ich habe quasi overgecapped warte, was sind das die bitte? nein, das sind irgendwelche anderen, irgendwelche PvP-Schuhe mit Kämpfer mh, no, wie heißen denn die richtigen, die ich brauche? jügische Stiefel, okay ich hoffe, die kriegen wir na, komm, komm, komm äh, äh, dreimal nix beziehungsweise viermal nix dann, ähm, würde ich mal sagen logge ich um auf einen anderen Schar, der noch hier ein paar Marken hat ein paar haben wir ja noch rumliegen so, dann gerade nochmal auf den Main geguckt da haben wir nämlich auch noch ein paar Marken und ja, mal gucken vielleicht kriege ich ja hier die Schuhe da können wir nämlich genau ein Ding kaufen oh, nein, ich habe einen Umhang gekauft ups, nicht den Umhang, ich will die Schuhe die Umhänge, die hole ich mir dann, wenn ich die Schuhe mal haben sollte oder mit den Schars, wo ich quasi kein Ledertschar habe no, du solltest doch einen richtigen Schuh rauskriegen da hm, okay das war wieder nix das war Nummer 5 dann schauen wir mal auf einen anderen Schar rüber Nummer 6 muss mal Glück haben, ich sag's euch das dauert nämlich ganz schön lang, diese Marken hier zu farmen äh, muss jedes Mal ähm, ja, was sind's drei Portale spielen und dann nochmal ein paar Worldquests machen hier auf Argus also man ist schon ein bisschen unterwegs komm no, auch wieder nicht wieder ein Gladiator-Ding okay, das waren jetzt nochmal 6 vier Stück haben wir noch jetzt logge ich mal noch ein bisschen durch und guck mal, wo wir noch Marken haben so, da, la nächste Schar jetzt hoffen wir, dass wir mal Glück haben hier, nochmal ein paar Schuhe na, komm, bitte es wäre mal nice, wenn ich fertig wäre nein, wieder nicht okay drei haben wir noch ich hoffe, die goldenen drei geben mir noch irgendwo ein ein paar Schuhe, die ich brauchen kann so, nächsten Schar ausgebuddelt und zwar haben wir auf dem DH hier auch nochmal zwei Token, genau hier Schuhe brauchen wir eins zwei und jetzt nochmal Daumen drücken na komm gib mir die Schuhe irgendwie kriege ich dieses Model sehr, sehr oft, ne oder dieses Bild hier zumindest das sind das die haben das komplett gleiche Aussehen, ne die Schuhe gut, das war wieder nix das müsste jetzt 8 und 9 gewesen sein einen letzten Schuss habe ich quasi gehen wir nochmal auf einen ich glaube Monk habe ich noch ein paar Marken dann gucken wir mal ob wir da vielleicht Glück haben gut, ich habe mich anscheinend vertan das war nicht der Monk sondern wir haben noch einen Druid hier der ein Token kaufen kann und ich hoffe dass ich jetzt einmal Glück habe bitte gib mir die Schuhe letzte Token sonst muss ich wieder einen Haufen Farmen gehen oh nein ich muss wieder Markenfarmen gehen ahhh boah ich habe jetzt aber schon einen Haufen Haufen Token rausgehauen ne über die letzten Videos schade 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 heißt ich muss nochmal ein paar von diesen Übergriffen da machen beziehungsweise Bossen umhauen und ja wenn ich wieder ein bisschen was gefarmt habe sehen wir uns wieder und ja mal gucken wie lange es dauert euer Dilar bis zum nächsten Mal äh ciao so wie so Vielen Dank.